Spirituelles Gehen Bist du in der glücklichen Lage, zu Fuß zur Arbeit gehen zu können? Bist du in der glücklichen Lage, deine Besorgungen zu Fuß machen zu können? Dann heiße dich erst einmal gesegnet. Sei dankbar dafür. Und ich möchte dir noch ein paar Tipps geben, was du vielleicht machen kannst, um dieses Gehen noch besonders zu spiritualisieren. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Wenn du zum Beispiel morgens dein Zuhause verlässt, wenn du die Tür verlässt, dann bleibe einen Moment, verharre, eventuell schaue einen Moment zurück, eventuell wiederhole ein Mantra wie Bitte um göttlichen Segen für dein Haus, vielleicht für die, die zurückbleiben, vielleicht für die, die nach dir oder vor dir gegangen sind. Dann anschließend bleibe einen Moment und schaue die Natur an. Das braucht nur ein paar Sekunden zu sein. Atme ein paar Mal tief ein und aus, genieße die Luft. Schaue in den Himmel, schaue in die Weite. Schaue den Baum an, schaue die Natur an oder die Straße, die Menschen, zu denen du hingehst. Eventuell wiederhole das Om Triambakam, entweder während du noch stehst, eventuell während du losgehst. Wiederhole das Om Triambakam-Mantra zum einen als Sicherheit für den Weg, zum anderen auch, möge Heilenergie durch dich hindurchströmen, während du den Weg gehst. Und mögen die, die du triffst, auch mit Lichtenergie erfüllt sein. Wenn du dann weitergehst, kannst du zum Beispiel dein Mantra wiederholen. Du kannst die Schritte verbinden mit dem Atem, zum Beispiel drei Schritte einatmen, drei Schritte ausatmen. Zwei Schritte einatmen, zwei Schritte ausatmen. Du kannst aber durchaus auch flott genug gehen, wenn du sagst, ich muss ja zügig zur Arbeit gehen. Und außerdem soll ja auch mein Gehen, mein Wandern auch ein Herz-Kreislauf-Training sein. Du kannst auch schneller gehen, du kannst langsamer gehen. Du kannst mit den Armen mitgehen und du kannst dein Mantra mit den Schritten verbinden. Du könntest dir auch vorstellen, dass beim Einatmen Lichtenergie in dich hineinströmt, dich ganz erfüllt und beim Ausatmen dieses Licht überall hingeht. Du kannst auch einen Moment überlegen, wen du nachher treffen wirst, wenn du zur Arbeit kommst oder wenn du von der Arbeit gehst, wenn du nach Hause kommst und diesen Menschen schon alles Gute wünschen. Du könntest auch, wenn du allein gehst, auch ein Mantra singen oder murmeln. Du könntest eventuell mit einem Ohr ein Mantra hören, einen spirituellen Podcast hören. Vielleicht hörst du mich ja jetzt, während du spazieren gehst. Du kannst auch weitere Atemübungen machen, insbesondere wenn du allein gehst, ohne dass Menschen um dich herum gehen, kannst du ja auch Kapalabhati üben oder Sukha Pranayama üben, zwei Schritte einatmen, zwei Schritte anhalten, zwei Schritte ausatmen oder andere spirituelle Praktiken integrieren. Oder du kannst auch Gedankenlosigkeit üben. Beim Spazierengehen schauen, dass du keine Wortgedanken formulierst, dass du in die Weite schaust und immer wieder etwas anderes anschaust, sodass du nicht ins Nachdenken kommst, nicht überlegst, was wird heute noch alles sein. Du könntest einfach im Hier und Jetzt sein. Oder, was auch immer für Gedanken kommen, schicke dort Lichtgedanken hin, bitte um göttlichen Segen, wiederhole ein Mantra. Und wenn du dann ankommst, kurz vorher halte einen Moment inne, denke daran, wen du treffen wirst, wünsche ihm oder ihr alles Gute, eventuell wiederhole, lo ka samasta suki no bhavantu und eventuell sprich eine Affirmation im Sinne von, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf das, was mich erwartet. Ich freue mich auf die Herausforderungen. Ich danke Gott für alles, was noch kommen wird. Ja, das waren ein paar Anregungen, wie du die Wege von und zur Arbeit, von und zum Einkaufen, spiritualisieren kannst, mit spiritueller Kraft füllen kannst. Menschen sagen mir gerne, sie haben wenig Zeit. Aber, wenn du irgendwo hingehst, hast du Zeit für Spiritualität. Sogar wenn du irgendwo wartest, hast du Zeit für spirituelle Praktiken. Nutze sie. Ja, hast du selbst Ideen, wie du die Zeit der Wege gut spirituell nutzen kannst? Dann schreib das doch in die Kommentare. Menschen profitieren davon, wenn sie sich austauschen und wenn sie selbst hören, wie andere ihren Tag spiritualisieren, Alltagsdinge mit spiritueller Kraft füllen. Schreib es doch insbesondere, was du machst, während deiner Wege von und zur Arbeit, von und zum Geschäften oder wo auch immer du gehst, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de hinter der Kamera Nanda. Dies ist ein Video im Rahmen der Videoreihe Spiritualisierung des Alltags, Teil der Videoreihe Bhakti Yoga, der Weg der Herzensöffnung, ein Teil der Vortragsreihe über die ganzheitliche Yoga-Vidya-Schulung, auch ein Begleitvortrag, Inspirationsvortrag im Rahmen der zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung. – – Vielen Dank.